Nach den aktuellen Messerattacken in Hogada auf Touristen macht man sich Gedanken, welches Hotel wirklich sicher ist. Die Hotelanlagen in Somabay bieten von Grund auf bereits ein gutes Sicherheitskonzept, da das ganze Areal bereits abgesichert für sich alleine liegt. Eingänge sind allesamt mit Security-Personal besetzt, die Fahrzeuge und Personen kontrollieren. Auch in den Hotels selbst werden Gäste und Mitarbeiter vor dem Eingang kontrolliert. Also auch hier hat man sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und die Anlage gilt im Bereich Hogada als extrem sicher. Hotelmarken wie Sheraton oder Kempinski treiben das Thema Sicherheit natürlich ständig voran und bieten den Gästen damit ein sicheres Urlaubsfehl.